Der Name Setter entstand im 17. Jahrhundert von den Setting Dogs bzw. Sitting Spaniels und weist darauf hin, dass dieser Hund sich beim Wittern des Wildes beinahe hinlegt oder vorsitzt. Für den Irish Setter ist der FCI-Standard Nr. 120 festgelegt. Er ist ein rassiger, athletischer Hund, der insgesamt eher durchtrainiert und elastisch wirkt. Rüden haben eine Widerrisshöhe von 68,5 cm, Hündinnen von 63 cm. Der Kopf ist lang, trocken, weder schmal, spitz noch grob. Sie lieben das Spiel und die Bewegung. So gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sie zu beschäftigen. Das geht auch schon im Garten mit kleinen Apportierspielen oder Tricks. Für den Hundetransport im Auto ist der Transport im Kofferraum eines Kombis optimal. Um den ausgewachsenen Pointer oder Setter genügend auszulasten, gibt es aber auch viele geeignete und abwechslungsreiche Hundesportarten. Zum Beispiel das Dummy-Training. Dies ist die Vorstufe für die Jagdausbildung. Dummy sind gefüllte Leinensäckchen, die zum Apportieren anstelle von Wild verwendet werden können. Bei Prüfungen oder Wettbewerben mit Dummy werden Jagdsituationen nachempfunden und jagdnahe Aufgaben gestellt. Tägliches Kämmen und Bürsten sind erforderlich, besonders nach dem Spaziergang, damit das Haar nicht verfülzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017